Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Man sieht, ich bin im Zug, eigentlich ein bisschen früh zum runterfahren, zurück und ich schreibe was in die Beschreibung rein, weil ich meine starke Vermutung, was hier bei Candace los ist. Und in der Zwischenzeit lasse ich das noch ein bisschen laufen. Dennoch bleibt bitte das Video, lasse ein Abo da, aber wir sehen uns ja demnächst. Also, Ich bin der Zwischenzeit auf der Zwischenzeit. Untertitelung des ZDF, 2020